herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von markt wunderschöne ja hier hört mich an normaler stimme ich bin ein bisschen ergäldern deswegen wird es heute nicht so ein wahnsinns langes video geben das ist auch egal ja es wird noch nicht in diesem video ein neues projekt aufgemacht oder was neues gebaut muss ich gleich noch mal verschieben da hinten hoffentlich verzeiht ihr das mir oh was ist das verraten ist vielleicht okay oder creeper ja gut egal ja von meiner seite noch mal ein frohes neues jahr euch auch wenn es jetzt ein bisschen blöd angehört hat ich kann leider nicht gerade nicht so viel reden weil ich ihr hört mich an meiner stimme das ist media und verschlupft bin jetzt vielleicht hier hier haben wir noch irgendwas anderes wenn es einfach mal hier nicht das kommen wir da rein jetzt schau ich mal kurz ob ich hier was hat dann würde ich sagen was ist das hier wir haben hier eine steinspitze da muss ich mal schauen was wir noch haben steinhacke die brauchen auf jeden fall schaufel okay okay ja dann würde ich mal sagen sagen heute mal ein bisschen wieder farmen einfach mal ja dabei können wir ja ein bisschen reden und ich habe den letzten tagen auch gearbeitet also über silvester und über weihnachten und silvester habe ich gearbeitet ja deswegen kam ja kein video über weihnachten oder weihnachten dieses jahr letztes Jahr war es ja letztes Jahr wir sind ja schon 2019 ähm so dann machen wir hier mal einen weizen schön wieder drei neue vier vier neue felder ist okay das kann man so mal lassen dann noch ein bisschen was anderes hier kann man das mal nach oben machen weiß nicht ob das sind Karotten aber sehr schön das sind immer gut dann haben wir auch mal drei neue felder und ja ich würde sagen wir werden das dann halt in den kommenden videos aber ein neues 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 bauen hier auf jeden fall ähm können gerne was ähm ja wir machen uns auf jeden fall was fantasy mäßiges ähm wir können es eigentlich auch da oben bauen wäre eigentlich das perfekte platz eigentlich so ein raumschiff hm so haben wir hier Karotten haben wir hier auch erledigt äh das sind hier Karotten äh Kartoffeln so dann machen wir hier auch mal drei frisch ja unser riesen plantagen essen dürfen haben wir keine probleme also hungern dürfen wir ja auf jeden fall nicht da haben wir zu genügend vorgesorgt so dann machen wir noch hier rote beete was neu so haben wir nochmal schöne rote beete hier ich rede gerade noch nicht so viel aber es ist okay mir ist mir verzeiht ähm ja schatten wir doch mal in der facebook-seite oder hier auf dem bei diesem video wie ihr halt so ja Weihnachten gefeiert habt oder beziehungsweise Silvester gefeiert habt mit der familie oder wart ihr mit freunden unterwegs oder seid ihr im urlaub gewesen dann whatever kann ja sagen dass er im schulock waren dass er irgendwo wegfährt und hat ja eine kleine farmrunde hier mal machen ist auch mal nicht schlecht ja weizen reicht ja gut dann haben wir mal wieder was ja wir können ewig viele farben drauf ausbauen und vor allem weizen können wir haufenweise machen ähm hier so machen wir das dann haben wir das hier verraten verraten nehmen wir mal dazu nehmen wir mal dazu nehmen wir hier Kartoffeln sind da sehr gut lassen wir das mal so dann tun wir doch mal normal brot kohle haben genügend dann passt das ja nochmal das mal so ähm 15 brot jawohl perfekt hier brot ähm ne machen wir da zwei hier und zum schluss mache ich hier noch Ofen Kartoffeln und hier nochmal Ofen Kartoffeln hin perfekt und die sonne geht auch runter ähm dann würde ich sagen was ist auch schon wieder vor meiner seite wir sind auch schon über elf minuten dran fast zehn minuten ähm ja gerne lasst mir mal kommentieren oder ähm ja kommentare wie ihr Silvester und Weihnachten gefeiert habt mit mir immer interessieren ob ihr bei der Familienwahl oder im Urlaub oder mit Freunden gefeiert habt ja alles weitere findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns bis zum nächsten mal hoffentlich wieder in einem besseren ähm Zustand nicht mehr erkältet und bis dahin haut rein ciao ciao